Der Sonne ist auch nicht hingedacht. Im Bunker 07. Das ist richtig. Wow. Man will sich fritzeln ganz aufgeregt. Oh Löring, hab Hupsenbrot. Nein, warum fasst du? Dann habe ich mir definitiv in die Hose geschissen. Deine Freundin schlägt vor, im Bett mal was Neues auszuprobieren und präsentiert dir ein Umschneidedo. Wie reagierst du? Ich platziere. Mit Schuhe, auf der Decke, jawoll! Mit Schuhe, auf der Decke, jawoll! Halt doch! Halt doch! Zoom auf, bitte! Zoom! Hallo? Stopp, stopp! Ging! Auf! Kurzes Resümee mit mir. So, heute erster offizieller Tag in Köln, wir haben zuerst im Knie geschlafen, heute erster Tag. Unser Ben hat heute alles in gespielt, hat super hingekriegt, kann man nicht sagen. Das sind doch 100 Mann! Das ist der kurte Titel im Wassergewicht. Beide Titel. Hartz.